Mark Wilmot hat es auf dem Fuß. Hallo Schalker, ich weiß, wo ich am 21.05.1997 war, beim Triumph im Meazza-Stadion, aber ich möchte von euch wissen, was habt ihr gemacht? Sowas vergisst man ja nicht. Und der ist drin! Ich hoffe, dass ihr auch so schöne Geschichten habt wie ich, wenn ich nur das Bild anschaue, zu jedem einzelnen Spieler, Manager, Trainer, kann ich eine Geschichte erzählen. Aber wir wollen eure Geschichte hören. Das würde mich sehr interessieren. Schalker 04 gewinnt den UEFA-Pokal! Ich würde mich freuen, wenn dieses Projekt zustande kommen würde.